Das ist mir auch klar, weil wir sollten erstmal hier hochgehen. Okay. Auf den sollten wir auch keine Aufmerksamkeit lenken. Das ist doch einer von Vaas, Leute. Da frage ich mich so ein bisschen, inwieweit Vaas und heute nur eigentlich verbündet waren. Oder ob es da nicht auch gleich ab und an mal die internen Probleme gab. Weil einer vielleicht mehr wollte als der andere oder ich weiß es nicht. Und heute scheint mehr gefürchtet zu sein als Vaas. Das irritiert mich auch so ein bisschen. Das ist ja, das ist ja, das ist ja. Ja. Hallo. Hallo! 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 Alles wieder eine Frage von Geschick und wir dürfen natürlich wieder wie immer nicht auffallen, kein Alarm auslösen. Oh, scheiße, Beuterrucksack. Ja, 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 weg damit. Okay, nur Mühe. Alles da? Jo. Mistviecher. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Immer noch nichts. Hoffentlich hat der Letzte was dabei. Ja. Nächste Woche schicke ich etwas Geld nach Hause. Puh. Mann, dann trinke ich nur noch Shampoo. Wie ist die Insel nur so runtergekommen? Stell dir vor, du wohnst hier. Ja, wem sagst du das, Bruder? In den 80ern war hier mehr los. Viele Rohstoffe. Viel Geld. Ja, nichts hält eben. Tach. Tach. Warum verzocke ich bloß immer alles? Ja, ihn müssen wir jetzt töten auch noch. Oh, ööööööööööö. Jetzt gucken gerade alle nicht hin. Jetzt wäre eigentlich so ein guter Zeitpunkt sogar. Was ist denn alle zu nah? Ich schwitz mir den Arsch ab. Ich schaff das. Da oben? Ja, vielleicht der Idiot. Ist das nicht die Insel mit den Atombomben-Tests? Nein, nicht die Insel. Da ist nichts dabei. Ausgerechnet in so einem Drecksloch wie hier. Ich hoffe, es gibt kein Gewitter. Unfassbar. Der blöde Arsch verdient mehr als ich. Na ja, immerhin ein Job. Ja, immerhin ein Job. Jetzt ein Kühles. Ja, immerhin ein Job. Nicht die Liste, aber was ist das? Eine Notiz? Ja, immerhin ein Job. Jetzt sind sie leider auf uns aufmerksam geworden. Wir haben es aber noch gerade geschafft. Ja, immerhin ein Job. Ja, immerhin ein Job. Ich töte gleich hier alle und dann ist einfach Ruhe. Sand und Wasser. Dann habe ich eine Idee, wie wir uns später töten. Ich werde jetzt die anderen beiden wie vorhin töten. Und wenn ich das geerledigt habe, sehen wir uns dann wieder nach einem...